Wir befinden uns an einem Ort, weit im Norden, genannt die Mauer. Rose ist ein Schiff über Game of Thrones. Unsere Liebe ist fertig schon. Nein! Mein Sohn! Haben es nicht gerade Bruder und Schwester auf ihren toten Kindern getrieben? Wäre dir lieber, die Kinder würden noch leben. Halt es so, Willis, halt es so. Glaub mir, Lisa, diese Schlacht ist fantastisch! Kann irgendjemand den Fernseher heller machen? Das war die beste Fernsehschlacht aller Zeiten. Das ist groß, ist groß, ist groß! Schande!